Heute bin ich auf dem Weg zu einer Kirche, die leider zu hat wie die meisten Kirchen unserer Tage. Man kommt nicht rein, aber ich habe heute das Geheimnis entdeckt, wie man in die Kirche hineinkommt und das werde ich euch gleich zeigen. Mein Name ist Micky Wiese, ich bin Eventpastor und Lifecoach. Eventpastor heißt, dass ich nicht bei einer bestimmten Kirche angestellt bin, keine Standortgemeinde habe und dadurch dahin gehen kann, wo die Kirche nicht hingehen kann oder nicht hingehen will. Und dort mache ich Rituale, das heißt Hochzeiten, Beerdigungen, Segnungen, Predigten oder auch solche Dinge wie heute Morgen mit Herz und Leidenschaft. Denn das ist der Weg zur Kirche und Anlieger dürfen hier reinfahren. Das heißt, man kommt eigentlich nur in die Kirche rein oder kann sie nur verstehen, wenn man ein Anliegen hat. Erst dann kann man wirklich begreifen, was da eigentlich los ist in diesem Ding, wenn man nicht auf das Äußere schaut, sondern auf das Anliegen, das man hat. Also, ihr wisst, wenn ihr demnächst in eine Kirche rein wollt, dann guckt nach dem Anliegen an das, was wirklich in euch brennt. Und so könnt ihr dann auch all euren Ballast dort abladen. Dabei wünsche ich euch wie immer viel Spaß und gutes Gelingen. Alles Liebe, euer Micky. Glaube bedeutet für mich, eine Freundschaftsbeziehung mit Gott zu haben. Mein Lebensziel empfinde ich als ein Transportieren dieser guten und frohmachenden Botschaft, dass eine Beziehung zu Gott nicht schwer ist, dass Gott existiert und dass er ihr Freund sein will. Wow! Ja! Hahaha. Untertitelung des ZDF, 2020